Wir haben auch Zeitschriften und Zeitungen, wo die Leute bei uns lesen dürfen. Sie können auch ohne dass sie selbst bei uns den ganzen Tag verbringen und Zeitungen lesen. Mein Name ist Janine Gehrig, ich arbeite in der Stadtbibliothek Wiel. Zu meinen Aufgaben gehört sicher die Normalausleihe und die Schalausleihe, dann das Bücherversorgen sein und auslesen von den Büchern, dann hat jede vom Team einen Bereich, in dem sie zuständig ist und dann muss sie pflegen und Bücher bestellen. Veranstaltungen haben wir viel, das sind unsere Hauptaufgaben. Die Bibliothek ist im Wandel, also nicht nur das Buch im Mittelpunkt. Wir haben sehr viele Veranstaltungen, es ist ein Begegnungsort, ein Kundenkontakt. Das sind so Sachen, die mir sehr gut gefallen.